hallo und herzlich willkommen ja wieder mit kommentaren von wensen es geht weiter mit den waffenhandel und zwar habe ich mittlerweile 7 koffer gefunden ja mir fehlen noch drei damit hätte ich jetzt weitermachen so und natürlich habe ich vorher nicht geguckt wo die sind das heißt ich muss erst schauen warum wir denn den nächsten da nicht da nicht den ich den den nächsten auch nicht ja immer doch den und sich aber jetzt das schnell reisen jetzt keine lusten hier erst mal zehn minuten durch die stadt zu fahren soll ja schnell steht schon auto für mich bereit weiter geht's weiter geht's eindeutig auf der Seite des Rechers alle meine Fahrkünste sind nicht die besten da darf man sich nicht drüber beschweren ja ja ne war jetzt nicht das verbrechen oder nehm ich mit den nehme ich mit hoffe ich fehle jetzt nicht passiert mir öfter ne ich dachte schon der springt jetzt raus so steht dahin zivilisierte Menschen hier finden wir den Misskerl und bringen es hinter uns so potenziertes auf vor komische ich die verbrechen doch mal rum wie siehst du mich denn hör mal ich finde sehen oder wallhacker ey 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 hör mal hör mal hör mal den packe ich mir jetzt den Fußdor pack ich mir ah der ist zu schnell der Sack ne 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 guck mal das geht gar nicht hier es ist zu viel Zeit hier nachher zu laufen sowieso okay ich hab jetzt ja keiner ja ruf rächer ja den da habe ich manchmal Mühe den aufrecht zu erhalten gibt es natürlich pro verbrechen 250 erfahrungspunkte nicht verkehrt äh level wie habe ich denn überhaupt mittlerweile lolol wo sehen wir dann äh wow äh 40 55 ja 40 55 level hab ich schon auch nicht schlecht so komm auch zu waffen naja ich lass mich äh sowas äh ablenken tut mir auch ganz so leid na lügner äh so Tür ganz viele Kameras 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 oh da habe ich was gesehen die Kamera nehme ich doch einfach mal jetzt stumpf die Kamera hacken müsste es schon gewesen sein hoffe ich nicht oder auch nicht jetzt ach da ok da geht es weiter da geht es weiter ok Brille brauche ich auch schon mach da sie sogar so es läuft ja miteinander spiel ja ja so das wäre dann der erste das ist der erste Koffer für heute so hier haben wir ich hab natürlich wieder im Winter voll so ähm Tonaufnahme abfangen Tonaufnahme abfangen pssst schweb schweb mhm 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 es zeigt uns aber was da gelaufen ist und weißt uns in die richtige Richtung Aha, okay. Weiß ich Bescheid. Ihr auch? Oder? Wir wurden gerade aufgeklärt. Muss das alles bedeuten oder nicht? Ich hab den Bahnhof verstanden. Aber alles gut. So, nächste, nächste Lupe. Lupe? Ich brauche noch zwei. Ich finde sie nicht. Ist das eine? Ne, das ist keine. Aber hier sind mittlerweile zu viele Zeilen. Da ist eine. Nehmen wir die. Schnell reisen. Ja. Schnell reisen, ja. Und dann... So, schnell reisen. Dann geht's ab. Zack. Teleport kann er auch. Ach, das ist mein Motorrad. Das Video ist lustig. Dann gucken wir, wie lange ich draus zu bleibe. Ey. Ich bin mal. Ich bin jetzt hier. Eingesperrt oder was? Ha. Nicht mit mir hier. Komm ich? Jawohl. Ich bin jetzt gespannt, wie lange ich da draus zu bleibe. Also wenn die Mittelspur hier da ist, dann alles gut. Super. Na ja. Fast keinen Impfen geworden. Fast. So weit. So weit. So weit, Kollege. Wie hat der Kollege zu weit? ich war das nicht was ich jetzt mache ich den hier oh stapler er ist ein stapler nehmen wir den noch ein stapler wie war es das schon? der sichtmähler ist aber langsam ich bin nicht langsam egal was sie sagen ich bin nicht langsam äh ja sag ich mal jetzt nix zu sag ich echt nix zu das Bild ist echt nicht schlecht aber ich sag mal so das war jetzt vermisst der Person ähm ja wollte ich mal so nebenbei machen ich die Lupe suchen ach mein Gott bin ich beschränkt äh ja schulde oh my god äh da sowas muss ich suchen und ich äh ha ja kommt vor ich hoffe bei euch auch fühle ich mich nicht so einsam ah naja war wieder beinige Aktion bester Mann ehrlich aber äh muss ja auch gemacht werden ne also hab ich schon mal vorgegriffen sag mal das bescheid dann ist der Person wie gibt's da wie sieht das Entschuldigung hab ich hier beim rumlecken gestört ich hab nichts gesehen das ist total geil mit diesem Skill okay guckt euch das an ja gut ein bisschen beschädigt ist es aber das ist fast noch feile das ist zu Tage das kann mal rausgehen nicht schlecht auf jeden Fall nur im Pferd wenn ihr äh viel Scheiße baut viel von äh Polizei apport richtig Hammer mal investiertes Geld oder hier kann ja noch mal dann macht das erst dann macht Sinn äh nicht so viel gewünschen ach so ok so ähm wir haben alles auf digital umgestellt und die digitalen Aufzeichnungen von vor zehn Jahren sagen ja auch schon wieder blösehtisch zu gehen ich weiß das wird schon nehmen wir einfach nur die Kamera da vorne ich glaub das reicht uns mir reicht das ausglauben bin ich ganz in die Kirche äh ähm ja das war aber nix das war echt nix das war echt nix muss ich doch rüber laufen mit Schlüsselung da 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 so und zwar ich überseh bestimmt wieder irgendwo eine Kamera ganz einfach ganz einfach immer die gibt es nix andere seite schau das war es ist auf jeden Fall auf dem Dach so weit bin ich oder ist das genau anders wo hier kann man es sein Amiabrauch Kitschieb das sind diese kamen das kommt ihr mich übersehen immer schön auf die Kameras, Kameras sind echt der Hammer hier in diesem Game viel Emissionen wenn sich das Leben auf jeden Fall leichter machen so so Abfangen ich mach mehr Sorgen darüber wo die Waffen gelandet sind ich meine die Chicagoer Polizei benutzt auch das CTOS um die Chips in diesen Dingern zu verfolgen mit Blooms Hilfe was wenn einer dieser Fixer ausplaudert was er gefunden hat verdammt was wenn sie mit den Daten rumspielen wir haben ein paar Fische gefragt aber die Sache muss aufhören ach so ok schon wieder war das voll hier kann ja überall sein freigeschaltet was ist jetzt los ok ich denke das wird reichen ich verfolg's zurück wow 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 Sue wow 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 Richtige MIBs hier Ich grab weiter Mal sehen, ob ich die Jungs finde Oh, hey Was gefunden? Nur ein Hotspot für die Elite Eine Untergrundorganisation, die hinter 17% Der ungeklärten Verbrechen steckt Weiß nicht, ob dich das Vielleicht interessiert Ist unterwegs Der Herr Aha Ähm Ha Waffenhandel Ich hab jetzt 9, das reicht denen Den 10. mach ich trotzdem Für den Erfolg Und zwar Suchen, suchen, suchen Suchen, suchen Suchen Einer fehlt mir noch Einer fehlt mir noch Ach meine Güte Waffenhandel Wo bist du? Ne, jetzt Sag nicht, ich hab den nicht auf der Karte hier Kein Scheiß da Oder wird das wohl Der 10. sein Ich wollte doch Ach komm Ähm 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 Nehmen wir noch Ähm Ne Doch Ähm Ehm So Ähm Nichts Missionsziele Kampagne, Kampagne, Waffen, Wappenladen, bla bla bla, so, den Menschenhandel hab ich, der sucht Waffenhandel, boah, gell, weiß Bescheid, aha, aha, oh, die machen mich fertig. Kann doch nicht wahr sein hier schon wieder, meine Herren, äh, ja, oh, was ich hierzu tun weiß, Leute, äh, was ist verkehrt, ey, ich seh ihn nicht, ich geb's gleich auf, hör mal, den, 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 was ist das denn, wetten, wetten, möchten wir nicht, ich möchte Waffenhandel, die extra Mission, wer ist sie, ich glaube, das wird die 10. Kiste sein, ja, das ist sie auch, hm, ja, das ist, glaube ich, die 10. Kiste, dann gibt's erstmal einen Schnellreisen, äh, ja, dann hab ich das jetzt auch geklärt, wo die letzte Kiste ist, äh, so, dafür gibt's aber ne neue Folge, was, äh, bedeutet, ich muss mich jetzt von euch verabschieden, und, äh, ich würde sagen, nicht vergessen, zu kommentieren, so, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.